hey freunde euer mr duit mit dem käffchen in der hand ich grüße euch brüsterchen ja freunde ich begrüße natürlich alle neun es sind einige wieder dazu gekommen hier ein piece an euch ja wie ich beginne natürlich immer den obligatorischen meine videos mit dem obligatorischen schluck mit dem kaffee vielleicht solltest du jetzt auf pause drücken und dir einen kaffee holen vielleicht wird es sehr spannend für dich ja heute geht es um das thema turbo beziehungsweise warum pfeift mein turbo warum wird es mal lauter mal leiser was steckt dahinter das möchte ich mit euch mal hier kurz durchgehen und kurz und knapp zu diesem thema turbo warum existiert dieser überhaupt der turbo hat im grunde genommen einen ganz ganz großen hauptaspekt er führt mehr luft in unseren brennraum beziehungsweise kompressions raum also in unserem kolben raum das werde ich euch gleich in einer animation zeigen wird hier einfach mehr luft hinzu und dazu kommt natürlich auch das thema downgrade heutzutage versucht die fahrzeugindustrie motoren kleiner kompakter zu bauen und adaptieren so einen turbo um die leistung aber kontinuierlich oder halt höher zu halten das ist im grunde genommen da steckt dahinter es wird der ladedruck für unseren motor einfach dadurch erhöht so eigentlich ich möchte euch hier an dieser stelle gerne eine animation einblenden und diese mit euch mal stück für stück zu durchgehen um generell natürlich mal ein verständnis aufzubauen was so eine funktionsweise beziehungsweise was für ein was der turbo für eine funktionsweise hat wir im bild erkennen könnt hier wird ich packe immer die pfeile mit rein freunde hier wird die luft die von außen rein strömt meist über einen filter gesichert damit keine fremdkörper in unsere turbine die turbine die zeige ich euch gleich ich habe hier einen ausgesonderten turbo auf dem tisch liegen dazu kommen wir gleich auf jeden fall wird hier die turbine mit frischluft von außen versorgt dann sieht man wie die wie dieses also blau gekennzeichnet blau steht natürlich für kalt und das rote bräunliche für das heiße hier wird natürlich dann oben wie an den pfeilen zu erkennen die luft durch diese welle die die also man nennt diese verdichterwelle wird diese luft nach oben in den ladeluft kühler geführt weil es ist grundsätzlich natürlich immer besser kalte luft zu komprimieren weil dadurch die effektivität höher ist als warme luft deswegen geht diese dann zu unserem brennraum erstmal durch den ladeluft kühler um schön abgekühlt zu werden während der fahrt wird dieser kühler natürlich durch die rippen gekühlt und dadurch ist natürlich die leistung effizienter als wenn man auf dem im standgas oder gerade anfährt dort ist natürlich die ladeluft je nach temperatur geringer womöglich auf jeden fall geht diese ladeluft hier durch und strömt dann in unsere brennkammer rein was benötigen wir bei einem diesel um einen effektiven kraftvollzug durchzuführen wir brauchen luft wir brauchen diesel und wir brauchen bei einem diesel natürlich an diesem motor natürlich kompression hier wird die ja die zündung nicht durch ein feuer wie bei einem benziner durch eine zündkerze entfacht sondern durch eine kompression diese kompression findet dann so statt dass dieser kolben in seiner kammer hoch und runter fährt und dadurch verdichtet und allein die hitze die dadurch durch dieses verdichten entsteht löst dann ja den zündfunken sozusagen aus beziehungsweise entfacht dass den dieselsprit ja dann treten natürlich die abgase das verbrannte tritt natürlich durch den aus durch das auslassventil in den fortlaufenden kreislauf wie hier rot erkennbar in die auf die andere seite des turbos und zwar auf den abgasstrang hier befindet sich auch eine turbine und hier wird dann parallel mit dem mit der verdichterturbine ja der ladedruck halt aufrecht gehalten von dort aus gelangen dann natürlich jetzt muss man diese grafik in dem moment vervollständigen wenn man sagen würde ich habe hier noch ein agr ventil dann kann es sein dass zwischen der brücke von dem von dem motorzylinder oben zu dem turbo noch mal die luft erneut abweicht und dann halt in dem in dem verbrennungsstrukt in dem verbrennungskreislauf noch einmal durchgeführt wird um die partikel die sich beim verbrennen des diesels bilden noch mal geringer zu halten ja was passiert dann im endeffekt zum schluss je nachdem wie oft das agr ventil taktet wird die luft halt mehrmals verbrennt verbrannt und gelangt schlussendlich zum diesel partikel filter über diesen ausgang ja freunde ich habe hier auf dem tisch natürlich ein turbo liegen um es euch demonstrativ mal zu zeigen wie er wirklich aussieht im ausgebauten zustand und vorab möchte ich noch mal sagen dass bei diesen turbo turbos ja eine ein unterschied besteht es gibt zum beispiel das turbosystem wastegate und das turbosystem mit einer vtg verstellung vtg steht überliegen übrigens für die variable turbinen geometrie lada vtg auf jeden fall besteht jeder unterschied ja im geringen maße dass die funktionsweise ist zwar die gleiche nur dass bei einer vtg steuerung auf der eingangsseite hier grafisch vielleicht mal dargestellt eine ja wie soll man es nennen eine verstellbare schaufel leitschaufel vorhanden ist doch wozu die genau da ist dazu gehe ich gleich ein auf jeden fall gibt es da den markanten unterschied aber prinzipiell ist das prinzip das gleiche wir haben eine welle und daran sind dann sind die verdichterräder verbunden abgasseitig und frischluftseitig ja das ist im grunde genommen jetzt von meiner seite aus schon mal das eine und ich möchte mit euch natürlich jetzt mal auf die turbo schwenken und wir schauen uns den turbo direkt selbst an ein handelsüblicher turbo ich weiß jetzt gar nicht von welchem motor irgendwie 1,4 liter maschine ein relativ kleiner motor auf jeden fall haben wir hier von der marke garrett und hier freunde ist zum beispiel diese vtg steuerung hier in diesem fall ich sage jetzt mal mechanisch also es gibt zwei möglichkeiten entweder mit einem stellmotor wo dieser arm hier zum öffnen dieser schaufeln die ihr gerade gesehen habt vorhanden ist dieser erzeugt hier oben ist ein kleiner schlauch angeschlossen und hier wird ein unterdruck erzeugt und leitschaufeln sind einfach dafür da dass bei zunehmender zunehmender abgasmenge einfach diese leitschaufeln sich weiter öffnen und somit den austritt der luft der abgase aus diesem bereich hier ja auf einer größeren menge stattfindet ohne dabei die die umdrehung oder die verdichtung der ansaug luft zu schädigen bzw zu verringern ja wir haben auf jeden fall an dieser stelle eine druckdose wie schon eben erwähnt dieses gibt es aber auch elektronisch als stellmotor wie zum beispiel bei dem bmw 318d das video kann ich euch gerne mal reinstellen da habe ich ja den turbo auseinander genommen und dort ist zum beispiel ein der stellmotor vorhanden ja was genau passiert hier bzw was genau führt dazu jetzt kommen wir mal zu diesem thema das natürlich auch ein turbo erhöht oder mit mit laufendem alter immer mehr und mehr anfängt zu pfeifen ja es gibt drei markante möglichkeiten um dieses pfeifen oder um generell ein turbo zu schädigen beziehungsweise was ein schaden verursachen könnte also wir haben ja hier vorne natürlich die erste möglichkeit ist hier hier ist die verdichterwelle also hier wie die frische luft die hier über den luftfilterkasten wie in der animation vorhin gesehen die hier rein strömt wird hier über diese welle verdichtet über diese welle wird diese dann zum ladeluftkühler an diesem ausgang geschickt um die luft abzukühlen es kann natürlich passieren dass hier diese welle also dieser turbo ist eindeutig kaputt man hört dass die welle hat ein extremes spiel hier kann es auf jeden fall passieren dass diese kleinen kleinen schaufeln da drin durch einen fremdkörper der in diesen bereich gelangt kaputt gehen eine unwucht erzeugen und die ganze turpine sich fest frisst also sie kommt dann schleift dann halt irgendwo am rand und verkantet sich und ist dementsprechend dann kaputt das wäre natürlich ein fataler vorfall weil das könnte kleine bruchteile in den ansaugstrang in richtung motor in richtung kolben bringen und dadurch hätte man einen extrem hohen schaden abgesehen von dem öl so der zweite die zweite möglichkeit wodurch ein turbo kaputt gehen kann ist befindet sich hier in der mitte hier in der mitte befindet sich von oben gesehen wird hier von dem motorkreislauf frisches öl in diese welle also die befindet sich genau hier in der mitte in diese welle reingepumpt und hier kann es passieren durch was auch immer verstopfung oder irgendwie luft im ölkreislauf wort er war dass hier die schmierung nicht mehr hundertprozentig ist und die welle die dort drin ist und freunde das muss permanent geschmiert werden wobei sogar diese welle so eine leichte ja die ist nicht passgenau da drin nur durch das öl durch die schmierung und die drehung erzeugt und in kombination mit dem öl erzeugt man hier eine hundertprozentigen ruhigen lauf so mit der hand würde man theoretisch immer ein kleines ja ein unterschied ein wippen spüren wenn aber der öldruck steht ist dieses wippen weg warum weil der öldruck im grunde genommen die dichtigkeit herstellt und unsere ganze welle dort drin geschmiert ist auf jeden fall wird diese welle permanent gedreht mit sehr hohen umdrehungszahlen und muss permanent durchgehend geschmiert werden wenn ihr ein altes öl habt wenn ihr dreck im öl habt wort er war kann dieser film dieser öl film der dort permanent vorhanden sein soll unterbrochen werden und eure welle und jetzt kommen wir zu dem punkt warum ein turbo mit der zeit immer wieder anfängt erhöht so ein pfeifen zu verursachen freunde im grunde genommen ist es einfach nur weil diese welle schleift diese welle schleift und es ist minimal es ist wirklich minimal dieses schleifen aber durch dieses schleifen hier drin durch mangels der schmierung erhöht sich dieser ton diese frequenz wird so hoch dass jemand dieses jaulen kriegt beim turbo dieses weil einfach der turbo je nach umdrehung deswegen auch variiert dieser ton auch ihr gibt gas er geht hoch ihr nimmt den fuß vom gas es geht runter weil halt diese turbine dementsprechend wie wird wie die luft verdichtet wird sich dementsprechend schneller oder langsamer dreht ändern sich dieser ton zeitgleich ja die dritte möglichkeit also zweite wie gesagt mangelhafte schmierung deswegen freunde immer ölwechsel und natürlich auch es kann auch passieren dass das öl hat auch einen einen weiteren zweck natürlich es kühlt den die welle da drin auch und wenn jetzt zum beispiel hier an dem abgas also an dem öl rücklauf eine verstopfung sein sollte oder irgendwie was verhindert dass das öl schön zirkulieren kann kann es auch zu einem defekt kommt und zwar zu einem hitze schaden das kann hier an dieser stelle auch passieren deswegen freunde beim turbo wenn ihr das heulen hört keine angst es muss noch nicht wobei ich gehe auf das fazit später ja dann haben wir natürlich hier noch eine möglichkeit eine dritte fehlerquelle kann sein und zwar befindet sich hier hinten hier ist ja der strang wo es dann zum diesel partikel filter geht also hier kommen die abgas im endeffekt raus wenn der diesel partikel filter verstopft ist kann es passieren deswegen gibt es auch druck sensoren die das erfassen das ist auch gut so kann es passieren dass hier ein so extremer hitze stau entsteht durch diese luft die zurück also die luft will ja raus die will ja weg von hier die turbine macht es ja tut es ja will es ja presst dagegen aber da ist so ein widerstand durch den verstopften diesel partikel filter oder generell durch einen verstopften mitteltopf oder endtopf kann es ja auch sein was aber geringer ist ich er ist es der diesel partikel filter der hier an dieser stelle verstopft ist und wenn der motor merkt oh wir haben hier einen zu hohen druck dann geht er sowieso in notverlauf aber es kann immer wieder sein dass das motor steuer gerät das nicht schnell genug oder je nach hersteller kann es auch sein dass er das zwar erfasst aber nicht schnell genug in den notlauf geht ihr ballert natürlich weiter und ihr entsteht so eine enorme hitze dass sich hier alles dort drin verformt verfärbt ihr kennt das wenn das wenn stahl oder eisen je nachdem zu heiß wird dann wird das richtig bläulich und dann habt ihr die ganze sache dann ist sie sowieso verbrannt man ist sowieso erledigt weil das öl fängt an da drin zu kochen in dieser welle hier geschmiert wird und es der turbo war mal ein turbo dann hat sich die ganze sache nämlich erledigt ja das zu diesem thema vom aufbohr wie gesagt je nachdem immer das gleiche nur halt entweder mit einer druckdose oder halt einem stellmotor diese druckdosen können auch gerne mal kaputt gehen das kann auch passieren aber das würde euch auch euer steuergerät melden gut ich würde sagen wir schwenken wieder zurück ich hoffe ich kann euch mit diesem video natürlich helfen was natürlich ganz wichtig und noch mal zu beachten ist ist an dieser stelle was ich gerade sagte mit dem öl rücklauf es hat auch eine kühlende funktion euer motor jetzt denkt mal ein bisschen rein euer motor wird ja natürlich gekühlt euer kühl euer motor wird von einem kühlkreislauf mit dem verbunden mit wasser wird er gekühlt und der ganze block kühlt sich das öl kühlt sich ab damit euer motor immer auf einer bestimmten temperatur bleibt das merkt ihr dann wenn ihr die temperatur erreicht habt und diese stagniert dass der lüfter dann dazu geschaltet wird und euer motor halt auf einer betriebstemperatur gehalten wird dieses öl ist auch das öl was durch diesen turbo läuft und es ist so viele ursachen führen natürlich auch dazu dass ein turbo kaputt gehen kann wie schon vorhin erwähnt dass das öl ja zu heiß ist der die welle wird nicht gekühlt es ist natürlich so wenn ihr zum beispiel ihr seid auf dem weg nach polen oder was weiß ich dänemark macht einen urlaub kurztritt von deutschland aus und peitscht über die autobahn ihr fährt ihr fährt ihr fährt und dann geht es ab zum rastplatz und jetzt kommen wir zu diesem altbekannten thema kaltlauf es gibt ja für den motor dazu habe ich auch ein video mal gemacht könnt ihr euch gerne mal ansehen es gibt natürlich grundprinzipien die bei einem motor beachten solltet um den motorlauf langlebiger zu halten das warmlaufen des motors das warmlaufen ganz einfach die ist das öl braucht eine bestimmte zeit um natürlich eine bestimmte viskosität zu bekommen wenn ihr den motor gerade einschaltet bei minusgraden draußen dann wird diese viskosität noch nie nebenbei 100 prozent sein deswegen gibt es auch hier die regel kaltlauf kaltlauf heißt gibt dem turbo wenn ihr zum beispiel dann auf der autobahn seite und fährt auf den rastplatz nicht die mutter sofort abstellen freunde lasst die mutter noch ein zwei minuten laufen lasst die welle abkühlen das ist das a und o lasst einfach den motor ein zwei minuten laufen wie gesagt lassen die welle dort drin das ist pures metall was durch das öl gekühlt wird und wenn ihr den motor sofort abschaltet was passiert denn dann der öl kreislauf wird gestoppt abrupt das öl wird nicht mehr gefördert gepumpt wird er war wie man es nennen möchte und dadurch wird natürlich das öl was jetzt kochend heiß ist durch eure fahrt auf der autobahn wird natürlich hier an dieser stelle genau an der stelle wo die welle gerade gelaufen hat stopp abrupt wird die kühlungs zirkulation unterbrochen und ihr geht raus geht nach mcdonald's was essen whatever fährt wieder los und mit diesen ganzen prozessen fängt dann auch an natürlich eine welle hat sich zu verformen weil diese hitze halt so enorm ist und das wird knalle heiß freunde deswegen beachtet wenn ihr also das thema kaltlauf wenn ihr den motor strapaziert also ihr seid länger auf der autobahn unterwegs oder auch so mal ist auch egal auf jeden fall ihr seid länger auf der autobahn oder so unterwegs gibt dem motor immer so ein zwei minuten damit auch der turbo sich abkühlen kann und die ganze temperatur runter fährt ja ich hoffe ich konnte euch mit diesem video helfen freunde ich finde der turbo ist wirklich ein ja wenn man diese kriterien nicht beachtet wenn man nicht richtig hinhört ist es doch schon ein sehr anspruchsvolles bauteil bringt zwar viel aber ist auch sehr ja dadurch dass er natürlich permanent arbeitet anfälliger als andere bauteile womöglich ich persönlich finde ein turbo ist schon wirklich eine geile sache aber beachtet deren merkmale wenn ihr wie gesagt dieses pfeifen wenn das kontinuierlich immer schlimmer wird wechselt lieber den turbo erneuert womöglich eure rumpfgruppe schaut dass ihr vielleicht den turbo ausbauen lässt ihn einschicken lässt dass er komplett von 0 auf 100 wieder erneuert wird mit allen dichtungen allem drum und dran passt auf weil diese turbos wenn die sich verkanten es ist ein so ein aspekt habe ich ganz vergessen wie kommt es eigentlich dass in dem ansaugtrakt immer so viel öl ist doch ganz einfach freunde hier drehen der welle ist ja geht ja das öl durch ist ja logisch und wenn diese welle die hat dort drin dichtungen die gehen natürlich mit der zeit kaputt wenn diese kaputt gehen und der ölrücklauf stagniert dann kann es passieren dass durch diese welle natürlich öl in den kompletten ansaugtrakt kommt das werdet ihr merken wenn ihr mal den luftfilter schlauch abmacht den schlauch zum zu dieser stelle hier wo ja die frischluft angesaugt wird und ihr seht dort dass die ganze schaufel voller öl ist dann wird es ist es zeit diese dichtung natürlich zu tauschen ein diesel verzeiht viel es würde natürlich eine lange zeit mitmachen dieses öl mit verbrennen aber irgendwann ist auch da schluss weil dieses öl ist verknuppt natürlich mit der zeit irgendwann mehr und euer ganzer ansaugstrang euer ladeluft kühler vor allen dingen das ist ja ein kühler mit ganz feinen rippen wo das wo die luft durchströmt ja ist nachher dann voll mit öl und es kommt immer weniger luft durch das ist wiederum ein negativer effekt deswegen freunde wenn ihr merkt dort drin ist so viel öl gibt es zu einem fachmann oder lasst es tauschen je nachdem ich weiß ja nicht wie visiert ihr seid ich würde mich auf jeden fall freuen freunde wenn ihr mir zahlreiche kommentare da unten reinpackt weil ich finde das ist doch schon ein wichtiges thema und bin gespannt auf eure fragen vielleicht gibt es dann noch mal so ein review zu diesem video und möchte mich an dieser stelle noch mal bedanken und noch mal ein herzliches willkommen an alle die neu dazugekommen sind ein prösterchen ja ich würde sagen wir schließen hier mit heute ab euer mr duid bis dann ciao